Diese hier angebotene 3,5 Zimmer Wohnung ist ab April 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Niederkassel. Das Objekt verfügt über einen Balkon sowie einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 128 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 2500 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Untertitelung des ZDF, 2020